Und YOKUSO! Zu einem neuen kleinen Besiege-Video, in dem ich mal wieder eine Creation zeige, die ich gefunden habe und die cool ist. Das ist der Drill von Anonymous, ich weiß auch nicht, von wem der ist. Genauso wie bei der Portal Torrid auch schon, ne? Ich hab zwischendrin auch noch was anderes aufgenommen, aber das hab ich irgendwie bis jetzt noch nicht hochgeladen. Ich glaub, das lade ich auch gar nicht mehr hoch. Also noch eine andere Creation, die ich gefunden habe. Ähm, ja. Jedenfalls, dieses Teil hier, was das kann, das ist heute zerstören. Also diese Burg hier zerstören. Das fand ich ziemlich cool, wie das die auseinander nimmt. Ich spiel das jetzt, ich nutze es gerade bei 42 Speed, weil das bei 100 Speed total leckt, weil mein Computer ist nicht so super toll, dass es bei Besiege immer alles gut läuft. Und, wo ist die Kamera? Was war das denn? Oh, ich hatte die Kamera auf so einem Teil da platziert, was an ihm dran war und die Braces, vielleicht wisst ihr es ja, Braces haben in Besiege keine Masse, sozusagen. Also die haben, die haben, glaube ich, ein Gewicht, aber sie sind, sie fallen einfach durch den Boden. Sagen wir es so. Und also dann brauchen diese Drills halt wirklich richtig viel FPS, also richtig viel Leistung. Wie auch zum Beispiel, ja, ja, bei meiner Drill Cannon zum Beispiel ist mir das auch schon aufgefallen. Und einstürzende Häuser sind ziemlich laut. Jedenfalls funktioniert das Teil so, dass da vorne ganz viele Drills dran sind und wenn man nach vorne fährt, drehen die sich in diese Richtung und wenn man nach hinten fährt, in die andere. Weil dort nämlich auch Wheels sind die genauso gemacht sind, ähm, wenn ihr die Creation downloaden wollt, der Link zum Download ist natürlich in der Videobeschreibung. So, zerstören. Und, ähm, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, ob ich, ähm, oh, das geht alles kaputt. Ob ich öfter solche Visits-Bideos machen soll? Ich glaube, das letzte ist nicht so gut angekommen, ne? Deswegen war ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob ich das hier aufnehmen soll, aber ich fand das Teil irgendwie lustig und deswegen habe ich jetzt noch aufgenommen. Und jetzt gerade stelle ich mal in den Invincibility-Mode. Dann geht das nämlich nicht bestimmt gleich kaputt. Komplett und so. Nicht auf Graces fokussieren. Ach, egal. Also, falls ihr auch gerne Häuser verstören wollt, dann klickt auf den Link in der Videobeschreibung zur, ähm, Seite dieser Creation auf Besiege-Store-Loads. Wie gesagt, ich weiß nicht, wer die gebaut hat, weil der, weil der sich nämlich keine, weil der nämlich keine Lust hatte, sich bei Besiege-Store-Loads anzumelden. Und deswegen, dass der Name nicht angezeigt wird. Und jetzt noch das letzte da zerstören. Vielleicht schaffen wir das Level sogar. Ne, ich glaube nicht. Ne, doch nicht. Wir spielen im, ne, im Invincibility-Mode ist das ja gar nicht möglich, das Level zu schaffen. Hä, wir hatten Wanderkratzen. Okay. Ich weiß nicht, wieso das passiert ist. Also, damit meine ich, ich weiß nicht, wieso das teilweise gar nicht so wirklich kaputt, äh, wieso das teilweise doch kaputt gegangen ist. So, das wollte ich sagen. Okay. Das Teil geht leider sehr leicht kaputt, also. Das Level hier mal zu schaffen, ist nicht mal so einfach. Weil, wenn man das da halt alles rein rein geht, ist alles kaputt. Aber immerhin kann man das damit komplett zerstören. Und das ist ja schon mal toll. Und ich hab keine Ahnung, wie das Teil der gerade versucht hat zu fliegen. Wenn ihr noch irgendwelche Coolen Creations kennt, die ich mal in so einem Video spielen und zeigen soll, dann schreibt diese Creations in die Kommentare, also, ja, die, ähm, Namen und am besten auch einen Link dazu, wo man die runterladen kann. Weil es nicht immer einfach ist, etwas zu finden. Zum Beispiel, wenn man diese Creations, hier den Namen dieser Creations googelt will, dann kommt da nicht nur eine Sache dabei raus. Ja, endlich. Es stürzt ein. Okay. Ähm, ich glaub, da hinten kommen wir nicht mehr. Äh, dann würde ich mal sagen, war ist das jetzt mit diesem kleinen Besieged-Video? Also, nicht den Daumen vergessen und bis zum nächsten Video. Immer dieses laute Gewitter in diesem Level. Ich werde mich auf das, der wir nicht mehr. Ich werde mich für die... ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020